Und heute wollen wir die Zeitwerte berechnen und dann ausgeben, wie der Kondensator der jeweiligen Zeitwert ab, auf dieser Kurve zu berechnen, zum Maximalwert. Ja, meine Herren, Tau, jetzt nochmal sagen, was Tau ist. Was ist denn? Das ist der Wartner. Tau, ja. Tau. Dann können wir, wenn wir auch überdenken. Dann können wir, wenn wir auch überdenken. Dann können wir, wenn wir auch überdekommen, dann können wir auch überhören. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018